Also mein Name ist Simon Weber, ich bin der Drummer in der Karin Raphansl Band und sorge für die Energie auf der Bühne. Es ist meiner Meinung nach in sich etwas stimmiger als das letzte Album. Also für mich ist der sogenannte rote Faden deutlicher erkennbar. Rodeo. Ich finde schon, dass Rodeo einfach von vorne bis hinten unfassbar kraftvoll ist. Also das geht einfach so durch und es wird nicht langweilig, sondern es geht kontinuierlich nach oben und am Ende Gitarrenwahnsinn. Bester Song. Freue ich mich sehr, den Live zu performen, tatsächlich. Wahrscheinlich der Vampir. Ja, der Vampir ist für mich auch in meinem Kopf selber so als Persönlichkeit an sich am präsentesten. Ich selber habe jetzt bei den anderen Songs so aus der Hüfte heraus nicht immer direkt jemand vor Augen, aber bei Vampir ist wirklich da so ein klares Bild in meinem Kopf und das passt irgendwie sehr gut. Nahezu perfekt. Mein scheiß Problem sind Interviews wie dieses.